Ja, bestimmt halt da nicht durchgemacht, oder was? Bisschen, was ist das? Was ist das jetzt? Du hast doch die Publikation aus der Kurve oder was? Ja, dann geht's gut. Wo ist die alte Linie, ja? Wo ist sie? Wieso halten diese Menschen da? Ich bin nicht so voll im Unterschied ausgemacht, oder? Wie heiß sind her, hält der hier. Da fehlt. Oh, jetzt ist der Stress. Jetzt packt er das so viel an. Das ist nicht so geschehen. Ist das egal? Nein, geht ja nicht. Das passt mal. Man muss den aktivieren. Das passt mal.